Guten Abend, super. Herzlich Willkommen zum Talk der offenen Tür. Großartig, dass ihr da seid. Riesig, spektakulär. Peter, für dich hat es nicht für ein eigenes Mikrofon gereicht, aber wie wir eben gesagt haben, du darfst an die Bühne und ich werde derweil schon mal an die Bar gehen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Willkommen im Kukun. Kunst, Kultur, Unterhaltung, Musik, alles mögliche und jetzt auch Talk. Und hinter der Bar, hinter der Bar, das ist der, ja, ich würde sagen, der strengste Barkeeper St. Pauli, ist aber auch der coolste, es ist Andreas. Guten Abend, hallo. Andreas, was hältst du davon, mir ein Kuba Libre zu machen? Super Idee. Sehr schön. Dann würde ich ein Kuba Libre nehmen. Ja, wenn du die so freihändig kannst. Großartig. Und in der Zwischenzeit stelle ich mal Christian vor, das ist das Fernsehen. Christian, wink doch mal. Fantastisch. Und wer bist du eigentlich hier? Ich bin Michael. Das ist Michael, toll. Bist du öfter hier? Ja. Trinkst du auch Kuba Libre? Da steht er. Ist nicht wahr, das ist auch ein Problem. Ich koste den mal, ja, solange ich noch keinen habe. Also spitzenmäßig. Ich würde sagen, das Zittern, das lässt langsam nach. Bei dir ist es schon weg. Ich würde sagen, fehlt nur noch Musik. Ich winne dich! Ich bin heads, ich bin bekannt. Ja, baby! Ich bin Rock-A-Bord-Man Ja, baby! Und du bist ein Rock'n'Roll, Queen, ich bin ein Rock'n'Roll-Man! Fast with No-Name-Orchestra! Sie, liebe Menschen, hat eine Megastimme, ein unglaubliches Ja hinter sich, sie selbst spricht von einer Achtermann. Sie sieht toll aus und sie sitzt bei mir, Ann-Sophie! Hallo! Willkommen bei Talk.Gott! Weißt du eigentlich wieder an, dass wir mehrere Gemeinsamkeiten haben außer Talent, gutes Aussehen? Wir haben einen ähnlichen Nachnamen. Dein Name ist Dürrmeier, mein Name ist Dürrmeier. Das habe ich vorhin gehört und dachte auch so, what? Ja, what the fuck, weil wir sind auch noch vom Horoskop beide Jungfrau. Och, und wir werden es immer bleiben. Und wir werden... Super! Also, Jungfrau, stehst du auf Horoskope? Glaubst du dran? Ähm, ich lese es mir jetzt nicht jeden Tag durch, aber manchmal bin ich schon verwundert, wie sehr das doch stimmt. Ja, wir machen unser Zuckertütchenspiel. Okay. Es gibt ja immer diese Eigenschaften von Jungfrau geboren, wie sie angeblich sind. Ich sehe mich manchmal drin wieder. Bist du zielstrebig? Ja. Gut. Vernünftig? Äh, mehr oder minder. Kommt drauf an, wann. Aha, wann denn nicht? Das... Okay. Vergiss die Frage, bist du verantwortungsbewusst? Eigentlich versuche es zu sein, aber manchmal klappt es auch und manchmal weniger, aber eigentlich schon. Strukturiert? Ja, sehr. Sehr. Jetzt kommen die negativen Sachen. Wenig risikovereit, sagt man, sind die Jungfrauen. Nee, eigentlich nicht. Meine Risiken haben sehr viel Geld gekostet. Alles klar. Dazu später mehr. Leicht aus der Bahn zu bringen, zum Beispiel? Ja, das doch schon. Toll, dass du bei uns bist. Das wird ein geiler Abend. Ähm, so, jetzt bist du ja in London geboren. Genau. Und in Hamburg aufgewachsen. Das muss man erklären. Sind deine Eltern Diplomaten? Was ist passiert, dass du in London zur Welt gekommen bist? Ja, mein Vater hat da beruflich, doch, hat da gearbeitet und dann bin ich da zur Welt gekommen. Und wie lange warst du dann in der Hauptstadt? Ähm, dreieinhalb Jahre, glaube ich, ja. Und dann ging es nach Frankfurt. Am Main oder? Ja, am Main. Äh, ja. Am Main. Am Main? Am Main, ja. Okay, alles klar. Genau. Muss man vorsichtig haben und nachfragen. Hast du von London irgendwas noch mitbekommen in diesen dreieinhalb Jahren? Hast du irgendwie einen Puls oder einen Rhythmus oder irgendwas? Ich glaube, unter bewusst hat sich relativ viel eingeprägt. Aber bewusst kann ich mich tatsächlich erst ab Frankfurt erinnern. Also ab dem Alter von vier Jahren. Mhm. Und dann seid ihr irgendwann nach Hamburg gezogen? Genau, mit sechs. Okay. Ja. Und dort dann Schullaufbahn und so weiter alles gemacht. In Heimfeld habe ich gelesen. Ja, in the Hood. Ja, in the Hood, genau. Für alle, die das nicht wissen, wo das liegt, das liegt auf der anderen Seite von der Elbe, ne? Ja. Wie ist denn das da so? In Heimfeld? Ja. In Heimfeld ist eigentlich ganz gemütlich. Also, es ist halt ein bisschen südlicher. Und da war halt meine Schule und ich hatte da eigentlich eine relativ gute Zeit. Du wolltest sehr schnell irgendwas mit Kunst machen. Du hast ab drei Jahren Ballettunterricht genommen. Und hast mit 14, glaube ich, den Berufswunsch gehabt, Sängerin. Muss man sich das so vorstellen, dass du vorm Klospiegel standst, mit der Haarbürste und jemandem nachgesungen hast? Ja, aber das im Wohnzimmer habe ich immer gesungen, vor dem Fenster. Mit Zuhörern? Ganz laut Christina Aguilera angemacht, ihr Album strippt und dann ging es ab. Ihr wisst, wie viel ich noch vom Text kann, nämlich gar nichts mehr. Und mit Zuhörern schon? Nee, ohne Zuhörer. Nur das Fenster und ich. Alles klar. Ich habe immer gewartet, bis alle weg waren und dann habe ich dazu gesungen. Und dann kam das Abitur 2010, wir machen das alles relativ schnell, weil jetzt gehen wir zusammen mit dir nach New York. Du bist nach dem Abitur, hast du dir dann wahrscheinlich auch diesen künstlerischen Traum erfüllt, dass ich gehe auf das Lee Strasberg Film- und Theaterinstitut, das ja relativ bekannt ist in New York. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung, bei mir war es immer wahnsinnig viel Psychodrama, was wir machen mussten, also immer an der Wand lang, wenn Gefühle waren und so weiter, immer schön festhalten. Ich habe Lee Strasberg nie ganz verstanden. Was kann man sagen, macht Lee Strasberg? Method Acting. Und Method Acting basiert eigentlich auf dem Prinzip, dass man immer wahrheitsgetreu schauspielt. Also wenn du eine Emotion von Trauer zum Beispiel hast, dann kannst du nicht einfach nur versuchen zu weinen, sondern du sollst dich an einen Moment zurückerinnern, wo du diese Emotion hattest. Ein privater Moment. Genau, Private Moment oder dann hast du da auch vielleicht ein Objekt, was irgendwas auslöst in dir, das musst du dann erfüllen und sehen und riechen und keine Ahnung und dann hoffen, dass dabei die Emotionen eben frei werden. Und irgendwie, du machst ja auch dein Animal Work, also so, du bist dann halt ein Tier. Ah. Ja, ich war dann Pferd. Mach mal Pferd, mach mal das. Wie kann man, da rückt man dann? Meine Schauspielerin meinte so, Ann-Sophie, das war das beste Pferd, was ich jemals gesehen habe. Da war ich schon echt stolz auf mich. Aber die Musik, die ist es. Die Musik, die ist es einfach. Du hast eigene Songs aufgenommen, dann in der Zeit in New York und hast angefangen mit eigenen Bar-Auftritten, also wie man sich das so ein bisschen klischeemäßig vorstellt. Wie bist du rumgezogen? Hast du Selbstkitarre gespielt? Gab es ein Klavier? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich habe in New York, da habe ich mir dann ein Keyboard gekauft, das habe ich in mein Zimmer gestellt und da habe ich gesagt, so, das muss jetzt irgendwie funktionieren, das Songwriting. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und Akkorde rumgedrückt. Ich mache bis jetzt auch nicht mehr, ich bin keine große Pianistin. Und habe dann dazu einfach angefangen zu schreiben und habe dann irgendwie selber aufgenommen in meinem Zimmer. Und dann hatte ich eine Bahn, der ich relativ regelmäßig war, das war die The Bitter End. Immer wieder bin ich da, ist auch so ein Blödes am bitteren Ende. Auf jeden Fall war dann eine Monday Night Jam und das war halt nur Jazzmusik und dann bin ich da reingegangen und wollte halt da singen und dann habe ich mich da hingestellt und dann habe ich gesungen. Und es kam dann relativ schnell deine erste EP Time, die du dann in New York aufgezeichnet hast. Das erste Video Get Over Yourself gab es auch gleich danach und dann das erste Studioalbum Time Extended 2013, das du jetzt ja wieder ein bisschen vorgeholt hast und mit Art & Glory auch nochmal richtig ein geiles Booklet und Outfit gemacht hast. Kann man übrigens auch im Internet kaufen, www.artandglory.de Erzähl mal ein bisschen über die Phase, wie das war. Hat dich da jemand angesprochen, komm wir machen jetzt eine CD oder hast du selbst Gelbs in die Hand genommen? Also ich habe ja in dieser Bar relativ regelmäßig gesungen und der Saxophonist hieß Richie Cannada und Richie Cannada war ganz lange der Saxophonist von Billy Joel. Das wusste ich aber nicht. Ich habe ihm irgendwie trotzdem meine Musik gezeigt, so die ich halt selber völlig amateurhaft in meinem Zimmer aufgenommen habe und da meinte er so, es gefällt ihm und er hätte ein Studio und wir könnten das aufnehmen. Das war natürlich total cool. Sein Sohn hat das produziert, aber ja, ging doch in meine Tasche. Sehr gut. Deswegen muss es heute Abend doch wieder in meine Tasche rein. Ja, das ist die Aufforderung für den Kauf. So, jetzt bist du wieder hier in Hamburg. Was hat dich zurückgetrieben in die Hansestadt von Amerika? Also zum, naja, viele Gründe. Zum einen ist es sehr, sehr teuer da. Also ich hatte nicht mehr genug Geld beziehungsweise gar keins und dann ging es mit dem Visum, was ich hatte. Ich hatte ja ein Schülervisum, darf ich da auch gar kein Geld verdienen. Das heißt, man muss sich entweder für die Green Card bewerben oder für ein Artistvisum. Ein Artistvisum kostet auch wieder Tausende von Dollarn, also man kann sich das alles mal dann kaufen, um dann da zu leben und noch mehr Geld auszugeben. Ja, war aber trotzdem traurig, wollte irgendwie, wusste nicht, will ich jetzt zurück, will ich nicht zurück und ich vermisse es immer noch sehr. Aber dann dachte ich so, egal, jetzt sind erstmal andere Dinge wichtiger und dann wieder nach Hause und versuche hier meinen Weg und meine Sachen aufzubauen und habe halt jetzt auch eine Band und so, mit der ich spiele. Von der hören wir auch gleich noch ein bisschen was. Denn, also nicht von der Band, die ist nicht da, aber wir eben im Gespräch. Wir sind jetzt ja schon in Hamburg, wir sind jetzt schon auf dem Kiez, sind wir eh hier im Kukun und gleich um die Ecke rum war das Clubkonzert, mit dem alles irgendwie losging. Es ging um den Eurovision Song Contest 2015. Peter, bevor du das Fass jetzt aufmachst, darf ich mal kurz sagen, dass ich jemanden entdeckt habe und zwar hinten an der Bar, jemand, der eigentlich gar nicht hier sein dürfte, der Kiezverbot hat, das ist nämlich Harry Schulz. Hier hinten, hier hinten sitzt Harry Schulz mit seinen strahlenden blauen Augen. Hallo Harry, es ist so schön, dass du da bist. TV-Imbisstester und Besitzer vom Lütten Grill in der Max-Brauer-Allee hast du, was hast du heute gegessen? Heute, ich habe vorhin Schweinebraten drüben gegessen, auf dem Weihnachtsmarkt hier. Und das letzte Hähnchen? Das letzte Hähnchen ist sehr lange her, weil ich habe meinen Laden seit 20 Jahren, ich kann nur meine eigenen Hähnchen essen und das mache ich so alle vier, fünf Monate mal. Alles klar, pass auf, ich wollte dir mal was zeigen. Komm mal mit, wir gehen mal raus. Und zwar zeige ich dir mal hier draußen was. Also, Christian kommt mit, Harry ist hier, es strömt, es strömt Regen ohne Ende für die, die jetzt drin sitzen. Harry, ich wollte dir sagen, guck dich mal um, das alles hätte dir gehören können. Was ist das für ein Gefühl? Also, ich bin auf St. Pauli geboren und habe meine ersten 18 Jahre hier auf St. Pauli verbracht. Ich habe eine sehr schöne Jugend gehabt, bin dann nachher verschwunden und ich weiß natürlich, das würde nie mir gehören, wenn ich hier geblieben wäre. Das weiß man ja nicht genau. Menke und das Café Lausen, da habe ich den Hinterhof gefegt, da gab es auch 1,50 die Stunde und so habe ich mir ein bisschen Geld verdient. Vorne an der Ecke gab es damals Kristall Wilms, das war meine erste Geschäftsidee, die ich auf St. Pauli hatte. Zu dem bin ich hingegangen, weil die ganzen Gastronomen auf ganz St. Pauli haben dort immer ihr Porzellan abgeholt und ich hatte ihm halt vorgeschlagen und er musste mich auch ernst nehmen, ich war damals zwölf Jahre alt, als ich mit ihm gesprochen habe, dass ich eine Geschäftsidee hätte, er müsste eine zweite Preisliste machen und ich würde dann die Gastronomen beliefern. Das heißt, die müssten nicht mehr bei ihm das abholen, die Preisliste ein bisschen teurer und davon könnte er mich bezahlen. Das hat wunderbar funktioniert, dadurch habe ich auch Geld gespart, weil ich immer, wenn ich zu ihm gekommen bin, habe ich erstmal geguckt, welche Restaurants müssen beliefert werden, wenn mir nach Italienisch war, bin ich immer als erstes ins Coneo gegangen, wenn ich auf griechisch Appetit hatte, habe ich dann hier in der Davidsstraße den Griechen als erstes besucht. So habe ich also mein erstes Geld verdient. Mit zwölf, ne? Das musstest du auch. Ja, also meine Brüder haben die Wohnung, die Miete bezahlt, aber ich musste mich halt selber dafür sorgen, dass ich was zu essen habe. Genau, weil die Mama schon tot war und Vater nicht so ganz fit, ne? Also meine Mutter ist gestorben, als ich elf war, bis dahin war ich das behütetste Kind auf ganz St. Pauli, also die hat immer tierisch aufgepasst, aber als sie gestorben war, musste ich halt selbstständig werden, weil mein Vater mehr dem Alkohol zuge... Also der war halt total Alkoholiker und hier auch eine Größe auf dem Kiez war ein Kobra damals und ein Hans Dampf in allen Gassen. Ein toller Mensch, aber leider da der in Russland sechs Jahre in Gefangenschaft war nach dem Krieg, da wurde der einfach gebrochen und hat einfach das Leben nicht mehr in den Griff gekriegt. Also ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht, aber er konnte uns halt nach dem Tod meiner Mutter nicht großziehen. Das haben dann meine beiden Brüder übernommen, indem sie die Miete meiner Wohnung bezahlt haben und die auch heute für mich noch sind. Also mein mittlerer Bruder ist wie meine Mutter heute noch und mein großer Bruder ist wie mein Vater. Aber du hattest auch weitere Beschützer auf dem Kiez, ne? Es gab auch sogenannte Paten. Also du bist hier einiges rumgekommen. Damals gab es drei Paten auf dem Kiez und für einen, das war Heinz Domes, der hatte hier richtig was zu sagen auf dem Kiez, eine Größe, der ist immer mit dem Pelzmantel hier rumgelaufen, war so ein normannischer Kleiderschrank. Wenn der was gesagt hat, haben alle gespurt. Meine beiden Brüder haben für ihn gearbeitet. Heinz hatte ein paar Bars hier auf St. Pauli, also vorne Bar und hinten illegale Casinos. Und meine Brüder haben an der Bar gearbeitet. Und so habe ich Heinz kennengelernt und das war für uns alle drei, für uns drei Brüder, war das ein väterlicher Freund. Der hat halt praktisch auf uns aufgepasst. Und das war das Schöne, ich konnte mich auf St. Pauli bewegen und wenn es nach Ärger roch, hat immer einer von hinten geschrien, das ist der Junge von Heinz. Und dann war Ruhe und dann konnte ich machen, was ich will. Da habe ich auch mein Selbstbewusstsein und meine große Klappe hier. Du hattest nicht zu befürchten? Ich hatte auf St. Pauli überhaupt nichts zu befürchten. Und dadurch, dass ich ja für Wilms dieses Porzellan ausgeliefert habe, das ging ja nicht nur in Restaurants, das ging auch in alle Diskotheken, in alle Puffs. Also das heißt, es gab keinen Laden. Durftest du denn schon als kleiner Steppke im Puff? Damals hat man noch nicht von Kinderarbeit gesprochen. Die 70er Jahre auf St. Pauli waren anders als heute, also ganz anders. Und da, ich will mal so sagen, wenn wir in die Amüsierbars, wenn ich da reingegangen bin, da waren ja immer diese schweren Vorhänge vor. Da liefen ja noch Super-8-Pornofilme aus Dänemark ohne Ton. Das war eine ganz fantastische Zeit, also für mich jedenfalls. Damals war ich ja noch in dem Alter, wo es mich sehr, sehr interessiert hat. Das ging ja gerade los. Und dann habe ich am Vorhang gewartet und wenn kein Nagi da auf der Bühne war, dann hat der Kubler gesagt, so kann es reingehen. Dann habe ich erst mal meine Cola am Tresen gekriegt und alle waren immer sehr, sehr nett zu mir. Das glaube ich. Aber irgendwann wurdest auch du volljährig, ne? Was war dann? Es gab dann noch einen Sprung, als ich so 15 wurde, haben meine Brüder gesagt. 15 war bei dir volljährig? Nein, aber da haben meine Brüder gesagt, dass ich mich nicht mehr in Bordellen rumtreiben darf, weil es kam nur die Pubertät. Ich habe dazwischen, ich habe dann nachher auch bei Kristallwilms aufgehört, das muss ich noch ganz kurz erzählen und hatte dann eine zweite Geschäftsidee. Ich bin zu einer Prostituierten gegangen, die mich am Anfang natürlich nicht für voll genommen hat. Die hat gesagt, kleiner, geh spielen. Und dann habe ich sie einmal geschüttelt und habe gesagt, hier, wenn ich eine Frage habe, dann musst du mich auch ernst nehmen, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, was willst du? Und dann habe ich gesagt, also was mich interessiert hat, war einfach, wenn die arbeiten, waren die Geschäfte auf, wenn die Feierabend hatten, waren alle Geschäfte zu. Mich hat einfach interessiert, wie kommen die an Lebensmittel ran? Und das war halt meine Idee, dass ich gesagt habe, ich gehe für euch einkaufen oder für dich, ich hatte ja nur eine angesprochen am Anfang und das fand die ganz knuffelig, die hat mir so Geld gegeben. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, weder Aldi noch Edeka, ich gehe jetzt zur Feinkostglö in der DLF Bremer Straße. Da war ich schon vorher und habe mit dem gesprochen und gesagt, hier Junge, was ist denn, werde ich hier ein bisschen mehr Ware abnehmen, wie ist das denn mit Prozenten und so? Also da hatten wir schon ein Gespräch vorher gehabt. Um es kurz zu machen, ich hatte nachher 13 Frauen, für die ich eingekauft habe, sieben Haustürschlüssel, da habe ich die Ware nach Hause gebracht. Ganz kurz, 13 Frauen, für die du gelaufen bist, ne? Ja, die haben nicht für mich gearbeitet, ich habe für die Lebensmittel eingekauft. Bin dann nach Hause gegangen, wo ich die Schlüssel hatte, in der Wohnung, habe schon den Tisch gedeckt, weißt du, so mit Glas umdrehen und Messer und Gabel links und rechts und habe damals, als ich so 12,5 war, habe ich im Monat 2000 DM ungefähr verdient. Wow, das ist nicht schlecht. Applaus von innen. Und wir stehen hier im Regen, aber nicht im Finanziellen. Du, aber Harry, irgendwann wurdest du ja 18, ne? Also volljährig, also 18, 18. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Als ich 15 wurde, haben meine Brüder gesagt, jetzt ist Schluss mit den Einkaufen der Prostituierten, das war denen wirklich unheimlich. Und dann habe ich gesagt, habe ich was anderes gemacht, dann bin ich Discjockey geworden, auf St. Pauli war mit 15 Europas jüngster Discjockey, habe dem Chef erst erzählt, als ich 16 wurde, dass ich erst 16 bin, hatte eine Sondergenehmigung vom Jugendamt gekriegt, dass ich bis 22 Uhr Musik auflegen durfte. Damals war das in Blue Up, das ist heute Große Freiheit 36. Und hier das Hollywood, das ist heute Docs. Und da habe ich vor 1000 Leuten immer jeden Abend schön bis 22 Uhr Musik gemacht. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht und habe da auch Geld verdient. Und dann wurde ich irgendwann 18. Aha, volljährig. Dann wurde ich volljährig. Und ich muss dazu noch einleitend sagen, dass ich den Kontakt zu den ganzen Zuhältern, der ist immer aufrecht geblieben. Das heißt, die haben mich in den Diskotheken besucht, da sind Freundschaften entstanden. Und ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ich habe dann mit 18 ein Geschenk bekommen. Das wolltest du hören, ne? Ja. Und zwar haben die Jungs mir zum 18-Jährigen eine Prostituierte geschenkt. Mit Schleife. Ich dachte, ich soll jetzt eine Nacht wegarbeiten. Das fand ich eigentlich ein tolles Geschenk. Aber die Jungs hatten einen anderen Hintergedanken. Sie wollten gerne, dass die für mich arbeitet. Und ich hatte aber einen anderen Lebensplan. Ich wollte unbedingt eine Werbeangentur aufmachen. Das wusste ich damals schon, als ich 14, 15 war, dass ich irgendwann mal Schallplatten-Coverdesigner werden wollte, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Und ich habe dann mit Heinz gesprochen, mit Heinz Domes, der ja mein Aufpasser sozusagen war auf St. Pauli, habe dem erzählt, dass ich das von den Jungs bekommen habe. Der hat sich schlapp gelacht. Ich fand das ein Riesengeschenk und habe aber gesagt, ich kann es nicht annehmen. Und da gab es nur einen Weg. Er hat sie praktisch zurückgenommen, den Jungs das erklärt und musste dann allerdings St. Pauli verlassen. Ich hatte dann noch ein halbes Jahr Zeit, um alle Schulden zu begleichen. Was für Schulden? Was nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit Gefallen. Das heißt, jeden, den ich kannte, bin ich hingegangen, habe gesagt, ist noch was zwischen uns. Und da habe ich sechs Monate für gebraucht. Und dann habe ich 1978 St. Pauli verlassen und bin dann auch erst viele, viele Jahre später zurückgekehrt. Also nicht ganz erst heute. Aber was heißt das, wenn man auf St. Pauli sagt, du schuldest mir einen Gefallen oder ich tue dir einen Gefallen, das interessiert mich jetzt wirklich. Was genau ist das? Natürlich tut man sich gegenseitig ja oft Gefallen. Und das wird einfach, das macht man auf der Festplatte, speichert man das ab und irgendwann gehst du zu dem hin und sagst, du schuldest mir noch was. Du weißt, damals, jetzt machen wir gerade den Bruch, kannst du Schleier-Schmiere stehen. Ach tatsächlich. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas Illegales und irgendwas Verruchtes. Gib mal das Mikrofon. Also ich bin niemals vorbestraft. Ich stand nie vor Gericht. Ich habe wirklich böse Sachen gemacht, wo ich mich auch im Nachhinein so ein bisschen für schäme. Bin aber nie erwischt worden. Das heißt, ich habe eine völlig weiße Weste und ich hake das so ab als Jugendsünden. Okay, alles klar. Und du hast ja, es kam ja auch viel Gutes. Komm, wir gehen mal an Christian vorbei und mal rein, weil es hier jetzt so langsam ein bisschen frisch wird. Denn du hast jetzt, also klar, dass du Imbesstester bist und den Lippengrill hast, das weiß auch jeder und das hat auch jeder schon gehört. Aber du hast einen ganz neuen Job, nämlich du bist Musikreporter und mit welcher Nummer, das ist wirklich der Oberknaller. Ja, da muss man einmal vielleicht auch noch einmal eingreifen. Und noch mal ausholen. Noch einmal ausholen. Ich mache halt seit neun Jahren im Sat.1 Frühstücksfernsehen, bin ich sozusagen Gastronomie-Tester. Ich reise um die ganze Welt, sage den Leuten, was sie essen sollen und was nicht. Das läuft so einmal die Woche im Fernsehen, mittlerweile auch auf vier verschiedenen Sendern. Soll ich die alle sagen? Sat.1, Kabel 1, N24, Sat.1 Gold. Wir können jede Werbung machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde auch. Und bin also in dieser Nummer ziemlich festgelegt. Also ich habe immer was mit Essen zu tun gehabt, in den letzten neun Jahren im Fernsehen. Kommen ja allerdings eigentlich aus der Musik. Ich war ja auch früher A&R-Direktor einer Schallplattenfirma. Das heißt, ich habe über 200 Schallplatten produziert. Sogar in den englischen Charts habe ich mich einmal festgebissen und all solche Geschichten. Nur das ist halt nie so richtig rausgekommen. Außer wenn ich mit dem Chef von Sat.1 zusammensaß, haben wir immer über Musik gesprochen. Dann lief ein Interview auf Sat.1 mit Cat Stevens und da haben die eine Praktikantin hingeschickt. Die wusste... Zu Cat Stevens, oh Gott. Unfassbares Interview. Ich habe das gesehen und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die wusste nichts über Lady der Bannville oder wann der Hits gehabt hat. Die wusste so gar nichts. Sie hat den Fragen gestellt. Da habe ich mir ins Knie gebissen und gesagt, die kann sich hinterher erschießen oder aufhängen. Auf jeden Fall kam das auch nochmal zum Gespräch und dann kam ein Anruf von diesem Sat.1-Chef, der mich auch die letzten Jahre gefördert hat, der viel für mich gemacht hat, im Sender auch sich immer wieder gerade gemacht hat. Wenn viele gesagt haben, jetzt reicht es aber auch mal. Der macht das jetzt schon so viele Jahre. Lass mal was Frisches machen. Hat der mal gesagt, nee, nee, die Einschalkfoten sind super. Der hat mich auf jeden Fall angerufen und hat gesagt, Harry, möchtest du nicht mal was mit Musik machen? Alter, natürlich, du Nasenbär. Das ist ja mein großer Traum. Und dann war das erste Interview, was ich führen durfte, Jimmy Page von Led Zeppelin, der Gott der Gitarristen sozusagen. Wahnsinn. Ich glaube, hier geht ein Raun durch den Raum. Den hast du interviewt, einfach so. Nicht einfach so. Haben wir noch zwei Minuten, dann erzählt dir ganz kurz die Geschichte. Also ich glaube, will sie hier jemand hören, die Jimmy Page-Geschichte und Harry Schulz. Eigentlich ein absoluter Albtraum. Also das Interview sollte in Berlin stattfinden. Ich bin dann da naiv, ich bin hingejettet in so ein Wahnsinnshotel in einer Riesensuite. Und Jimmy Page durfte nur zwei Sender interviewen. Einmal Arte und einmal Sat.1. Ich war halt der Kasper von Sat.1. Und Arte war aber vor mir dran. Und jetzt hat die Plattenfirma uns so einen kleinen Zettel gegeben, da stand drauf, keine Fragen zu Robert Plant, dem Sänger von Led Zeppelin, die haben sich mal gerade wieder in den Haaren, und keine Fragen zu Stairway to Heaven, da läuft ein Prozess über 60 Millionen Euro, da will er auch nicht gerne drüber reden, oder Dollar. Ja, das sind eigentlich einfache Vorgaben. Jetzt komme ich in diese Hotelsuite rein, wunderschön, mit freistehender Badewanne, also sowas habe ich lange nicht gesehen. Und da sitzen die Jungs von Arte und ziehen alle in die Fresse, als wenn Jimmy Page gestorben wäre. Und das war auch mein erster Gedanke, der ist 70 Jahre alt, ich komme rein, die sitzen alle mit Gesichtern ganz traurig, und ich dachte so, Alter, ist er tot? Ich habe meine große Chance, und jetzt stirbt er mir unter den Händen weg. Nein, das war anders. Die erste Frage von dem Arte-Moderator war, sag mal, wird Robert Plant, ne? Nee, echt? Ich schwöre es dir. Und Jimmy Page ist aufgestanden und ist rausgegangen. Und das haben die mir erzählt, haben dann schön zusammengepackt und sind gegangen. Und ich saß ganz alleine in diesem Zimmer und dachte, wie geil, das wird ein super Interview. Wenn er dann wiederkommt, ne? Also er kam eine ganze Zeit lange nicht, dann ging mal die Tür auf, einer guckte, und auf einmal kam meine Produzentin, Kameramann, Ausleuchter, es wurde alles eingeleuchtet, aber Jimmy Page kam nicht. Und wir hatten noch eine Anweisung gekriegt, dass wir nicht nach Autogramm fragen dürfen. Nun war das für mich aber so, dass ich diese einmalige Schlange, den sehe ich ja nur einmal im Leben, den sehe ich ja nie wieder, also habe ich, ich habe eine fantastische Schaltplattensammlung, da müssen wir nochmal einzeln drüber reden. Auf jeden Fall habe ich geguckt, was ich von Led Zeppelin habe und habe so fünf, sechs LPs mitgenommen. Also LPs sind diese schwarzen Dinger früher vor der CD. Ich habe die auch, hör mal. Du bist ein junges Ding, ich dachte, ich müsste das mal kurz erklären. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen, habe gesagt, es ist mir alles scheißegal, der muss mir eine Unterschrift geben, ganz klar. Ich hatte ja auch nur die Vorgabe, fünf Minuten hatte ich Zeit für das Interview. Dann kam er endlich rein, zog auch so eine Fresse, setzte nicht neben mich und ich fing dann an, so die ersten zwei, drei Fragen zu stellen und merkte, das Ding wird nichts. Der ist ja sowas von verkrampft und ich auch. Das geht total in die Hose. Und dann habe ich eine von meinen Schallplatten rausgenommen, ihm gezeigt und habe gesagt, kennst du die? Das sollte eigentlich gar nicht stattfinden, aber ich musste das irgendwie auflockern. Und dann guckt er sich die an und sagt, Mensch, da hieß ich ja noch gar nicht Jimmy Page, das ist ja aus den 60ern. Das sind so Studio Sessions, er kannte das wohl noch und so. Und dann gibt er mir die zurück und dann habe ich gesagt, nee, die wollte ich dir schenken. Und dann guckt er mich an und nimmt die und ist ganz glücklich. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt deine Chance. Nimm die zweite Platte raus und sagt, kennst du die? Und er guckt drauf, schmeißt die auf den Boden und sagt, das ist ein Bootleg, also eine Raubpressung. Und dann habe ich gesagt, habe ich die aufgehoben und gesagt, Jimmy, du musst ganz ruhig werden. Das ist kein Bootleg. Du hast zu Jimmy Page gesagt, werd mal ganz ruhig. Klar, ich habe ja eine große Klappe. Und dann habe ich ihm das erklärt, es gab früher in Deutschland einen Mann, der hieß Reinhard Mohn, der hat die Bertelsmann-Clubs gegründet und das war der einzige in Deutschland, der original Schallplatten rausbringen durfte mit einem anderen Cover. Und dann habe ich gesagt, jetzt dreh die Scheiben um und sag mir, welche Led Zeppelin das ist. Dann hat er sich die Titel angeguckt und gesagt, das gibt es nicht, das ist die Led Zeppelin 2. Ja, habe ich gesagt, natürlich ist sie das. Dann dreht er das um und dann sehe ich, wie sie seine Augen feucht werden. Und dann sagt der Harry, das ist ein ganz unglaubliches Bild. Da sieht man John Bonham, den Schlagzeuger, da sieht man das Gesicht. Normalerweise hat man die drei von Led Zeppelin immer gesehen, die Gitarristen und die Sänger, aber der Schlagzeuger, der saß hinter seiner Bude und den konntest du halt nie sehen. Und der war so gerührt, dann habe ich gesagt, die schenke ich dir auch. Du hast mir jetzt aber nicht deine ganze Plattensammlung geschenkt. Ne, aber die habe ich ihm auch noch geschenkt. Und da hat er mich in den Arm genommen und aus diesem 5 Minuten Interview, ich kürze das mal ab, sind 45 Minuten geworden. Wir haben noch Selfies gemacht, da wollte er immer sehen, ob das auch was geworden ist. Dann hat er seinem Manager noch gesagt, hier hol mal mein Buch und CDs von Harry und hol das mal alles rein. Sein Manager hat mich geküsst, auf die Wange, ich hätte ihm das Leben gerettet, hat er hinterher gesagt. Das war ein tolles Interview und das Sahnehäubchen ist noch, das der Chef von Sat.1 hinterher angerufen hat und gesagt hat, das war das Interview des Monats. Großartig. Also ich gebe zu, die Geschichte ist okay, er ist auch ein okayer Musiker, Jimmy Page, aber jetzt muss ich meine Lanze brechen und ja, meine Kragenweite sitzt auf der Bühne und damit meine ich nicht Peter. I quit my job This work is not good for me I quit my job I'm already feeling free Now I have time for football Now I have time for sex Now I have time to hang around and to drink a lot of bags I quit my job Astrid No Name Orchestra, sehr verehrten Damen und Herren. Ann-Sophie und ich sitzen immer noch hier. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, Astrid vergisst, dass wir noch hier oben sitzen und Harry vergisst das auch, aber am Ende haben sie ja dann doch nach einer gefühlten halben Stunde die Kurve gekratzt. Apropos die Kurve kratzen. Ja, das war interessant, genau. Muss ich auch sagen. Wow, Ann-Sophie, wir sind bei der Bewerbung zum Eurovision Song Contest beim Kiez Club um die Ecke, wo du bei der Wildcard-Show mitgemacht hast. Für die, die das nicht wissen, Deutschland hat in den letzten Jahren immer eine Wildcard vergeben und da durfte man dann in die deutsche Vorentscheidung einkommen. und du hast eine Bewerbung eingereicht und bist aus über 1.250 Bewerbern ausgesucht worden und warst unter den letzten 10 Mal im Wildcard. Soweit richtig? Ja, genau. Wie kamst du auf die Idee, dich da zu bewerben? Frisch von New York zurück. Naja, ich saß in meinem Auto und hab das irgendwie bei Enjoy gehört und dachte mir so, gut, kann man ja mal versuchen. Ist eh gerade alles irgendwie scheiße bei dir. Und ja, dann hab ich mich einfach irgendwie da beworben. Und dann hab ich das aber auch verdrängt. Also ich hab daran gar nicht gedacht. Was hast du denn eingereicht eigentlich? Mein Musikvideo von Get Over Yourself. Ja, weil das, man sagte, ja, man kann sich mit einem eigenen Song irgendwie bewerben. Und dann hab ich das gemacht und ja, hab das aber dann wirklich vergessen. Also ich hab dann sowieso gedacht, das wird nix. Und ja, dann hab ich halt einen Anruf bekommen. Der berühmte Anruf. Und das ging dann direkt in die große Freiheit. Das heißt, du warst beim Clubkonzert und hast ja dieses auch gewonnen, hast Jump the Gun gesungen. Genau. Ein Lied, das aber dann nicht aus deiner Feder war, sondern dir geschrieben wurde. Wie kam das? Naja, also ich hatte mich ja mit meiner Single Get Over Yourself beworben und die war laut Regeln schon zu bekannt. und deswegen, obwohl sie keiner kennt, aber... Ich glaube, es hat irgendwie was mit Veröffentlichkeitsdatum zu tun oder sowas. Nee, auch nicht. Auch nicht wirklich. Aber die hatte irgendwie ein paar tausend Klicks und so auf YouTube. Das hat irgendwie schon gereicht. Egal. Und dann musste irgendwie, genau, wurden mir drei Songs vorgeschlagen. Und dann hab ich, da war auch Black Smoke schon dabei. Also war Jump the Gun, Black Smoke und noch ein anderer. und ich wollte halt sofort Black Smoke haben, weil ich fand Black Smoke halt einfach mega cool. Und dann haben wir den Song aber nicht bekommen. Und dann wurde mir drei Tage vorher Bescheid gesagt, dass ich Jump the Gun singen muss. Und ich so, Mist, den muss ich ja noch lernen. Und ja, dann hab ich den dann gesungen. Und kamst du mit einem super schönen roten Outfit. Ich sehe es noch wie heute auf die Bühne. Der Hosenanzug. Der Hosenanzug. Und hast dich aber bewegt meine Fresse. Da ging mir aber einer ab. Sag mal. Und na ja, entschuldige mal. Also, denn das muss man sagen, wer sich das Ding anschaut, ja. Da waren ja neun Nulpen dabei. Entschuldige mal. Also ich dachte immer, oh Gott, die sollen Deutschland vertreten. Die sollen Deutschland vertreten. Singen können sie nicht. Tanzen können sie nicht. Gut ausschauen können sie nicht. Und dann warst du, glaube ich, relativ weit hinten bei dieser Wildcard-Show. Von der Startnummer her acht, neun oder irgendwas sowas. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, ah, die kann singen, die kann tanzen, super. Die sollte fahren. Und siehe da, sie fuhr nach Hannover zum deutschen Vorentscheid. Ja. Da durftest du dann beide singen, Jump the Gun und endlich auch Black Smoke. Die war eine rechte Frage wahrscheinlich oder so. Genau, ja. Und da hast du auch relativ schnell gesagt, das ist dein Favorite Song. Und bei der deutschen Vorentscheidung war es so, da waren, glaube ich, auch acht in diesem Fall im Rennen. Wurden dann minimiert auf vier und dann nochmal auf zwei. Und für alle, die das nicht wissen, das war ja immer ein TED-Umfragen, man konnte da immer anrufen oder was weiß ich, appen und so weiter. Und du warst am Ende im Finale mit Andreas Kümmert, der hat ja auch irgendwas mal gewonnen hier in Deutschland, Voice oder so, und hast mit dem das Finale bestritten, um diesen Startplatz in Wien. Und dann hat er aber etwas gebracht, wo, glaube ich, allen Fernsehzuschauern die Klappe aufging. Er hat gesagt, Ja, er mag nicht gehen. Ja, super. Und da hast du dir gedacht, in dem Moment, also es war ja klar, er hat gewonnen, du hast gedacht, du bist Zweitplatzierte, alles klar. Was ging dir denn da durch den Kopf? Als er gesagt hat, er geht nicht, habe ich nicht gehört. Dann habe ich, dann hat er es nochmal gesagt und dann war ich völlig perplex und dachte mir so, hä? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich sage auch, scheiße, die wollen ja alle gar nicht, dass ich fahre. Ja. Also so, weil. Ja, ist auch scheiße, ja. Ja, für mich haben halt nur publige 20% gewotet. Ich meine, was soll ich denn damit, Kimme? Ja, egal. Und dann stehst du da und weißt das und denkst so, hm, okay, Und die olle Schöneberger stand nämlich auch da. drei, zwei, eins, sing jetzt. Und ich war noch so, ich habe das gar nicht, äh, so. die hat nämlich einfach gesagt, also das hat sie ja auch später in der Pressekonferenz erzählt. Ich wurde nicht mal bezahlt dafür. Ach, oh Gott. Ja, du kriegst eigentlich noch einen Wein auf meine Kosten. Die Schöneberger hat gesagt, also sie hatte so einen Knopf mit der Regie und man merkte ja auch, was machen wir denn jetzt und es kam wohl gar keine Ansage von der Regie, von der Produktion Norddeutscher Rundfunk und so weiter, sondern der war still und sie hat ja dann am Ende entschieden, dann fährst halt du jetzt. Vielen Dank dafür, Mann. Das ist eine, das ist eine Nummer und entschuldige mal und das finde ich das Geile, du bist gefahren und hast es plötzlich, die Fahrkarte nach Wien. In meiner Show, das ist sensationell hier bei der Holy Night Bingo Show. Mein Name ist Ricardo Elmich, bin euer Top Entertainer, Top Kompf-Repräsentant und Top Produktexperte. Was ist hier denn los? Du bist in der falschen Show. Hallöchen, Schnucklchen, bisschen zu alt bist du mir. Du bist falsch hier. Was ist hier los? Ich gebe dir erstmal, ich gebe dir mal einen Tässchen Sekt aus, komm hier mal ganz entspannt in der Bahn. Das ist denn die Rolle? Wir haben schon mal miteinander zu tun gehabt. Hier, die Stau, das ist die Inhaberin hier. Ist er erst Samstag oder was? Ich hatte mich im... Ricardo, kann ich dir einen Tässchen Sekt ausgeben? Nee. Sag doch mal. Ich nehme einen ganz anständigen und ehrlichen Averna, bitte. Andreas. Andreas, machst du sowas? Ja. Eis und Zitrone? Ohne Eis und ohne Zitrone, bitte. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid bei meiner... Nein, bei unserer Talk.Dot. Alles klar. Aber, Ricardo, komm mal runter, sonst kriegst du auch gleich noch Kiezverbot. Ich komm nie runter. I'm just getting started, my dear. Was geht bei dir? Es geht sensationell viel. Ich hab mich natürlich überhaupt nicht im Datum vertan. Ich weiß ja, meine Show am Samstag ist ausverkauft. Ich dachte, ich komm mal hier rein. Wir sind auch ausverkauft. Ich dachte, ich komm mal hier rein und hebe so ein bisschen den Publikumsspiegel. Also, riesen Applaus hier mal für dieses tolle TV-Team hier. Sehr gerne. Es geht viel, Astrid. Das ist schön. Jetzt mal so vielleicht zu mir. Du bist ja auch Flirtexperte. Wie ist denn mein... Oh, dein Averma. Oh Gott. Ich hab meine Pfütze schon auf Null gezogen. Mein Cuba Libre ist weg. Deshalb... Wie bei Denver und Dallas. Ach komm, man hat jetzt eh nur noch einen kleinen Cuba Libre. Ja, so nüttenklein. So nüttenklein. Schmeckt super. Wie findest du mein Verhalten hier an der Bar? Du bist Flirtexperte. Kannst du mir Tipps geben? Ich bin Flirtexperte. Das hast du selbst mal gesagt. Also rattenscharfe Figur für dein Alter sowieso. Das ist hier eine relativ billige Kunstlederqualität. Ich bin ja Top-Verkaufsrepräsentant nebenbei immer noch. Habe ich viel verkauft im südost-sächsischen Bar. Ich bin für 29,99. Du weißt, das ist schlimmstes Polyester. Ich bin immer auf der Rolle. Was war die Frage? Du weißt, den hab ich noch nie gehört. Die Frage war, ob du mir Tipps geben kannst. Aber das ist jetzt auch nicht weiter Welt. Kann ich nicht. Okay. Du bist eigentlich Bingo-Conferoncier. Das bist du auch nach wie vor. Mittlerweile hast du aber einen neuen, ziemlich guten Job. Oh, du hast keinen neuen, ziemlich guten Job. Das ist ja kein Job, ist eine Leidenschaft, Astrid. Ich bin Bingo-Conferoncier und alles mögliche, Shows und so. Und seit kurzem fresse ich mich durch die Hamburger Gastro-Landschaft. Ich bin nämlich Restaurant-Tester und Restaurant-Kritiker für das Top-Magazin Hinnerk. Da schreibe ich mal eine ganze Seite drüber. Und das macht enorm viel Spaß. Einfach mal, was ist so neu, weil ich bin ja, das heißt ja dann After-Show-Dinner mit Ricardo Ember. Ich finde, wenn man eine Show hatte, man will danach lecker was essen und dann will ich da auch hingehen und will so ein bisschen Atmosphäre haben, will flirten, will feiern, essen, trinken und da mache ich immer den Top-Restaurant-Check des Jahrtausends sozusagen. Ganz kurz, wir können jetzt anstoßen, weil mein kleiner, klitzekleiner, klitzekleiner, Was muss man jetzt sagen, damit es dann offiziell richtig klingt und man nicht bestochen wird. Nein, ich zahl das nicht, das zahlt der Hinack, genau. Und ich komme auch so halb undercover, ich bin eigentlich undercover unterwegs, das stimmt. Und so ungefähr in etwa, man erkennt mich halt nicht, wenn ich mich dann da hinsetze und dann wird bestellt. Und das ist nicht nur das Essen, finde ich so wichtig, sondern auch das, was wir machen, oh, Entschuldigung, ist ja, genau, das Zwischenmensch ist nahe und so, die hat eine super straffe Haut. Super straffe Haut. Ne, also sind die nett, weil, und nicht, oder so, das ist ja sehr, sehr wichtig, nicht nur. Ich stelle dir ganz kurz nochmal Harry vor, weil ihr jetzt Tester unter euch seid, ihr dürft euch nur Hallo sagen. Wer ist Harry? Harry Schulz ist nämlich der Imbisstester, du bist jetzt der Restauranttester vom Hinnack, nur dass ihr euch mal guten Tag sagt, da kann ich auch mal ein Getränk ein bisschen durch die Gegend tragen. Das sind halt zwei Niveaus, da darfst du dich hier hinsetzen, weil dann haben wir dich auch an der äußersten Ecke, an der äußersten Ecke. Hallöchen, ach, ist mir doch egal. Dann sind wir nämlich Riccardo und Harry auch los. Riccardo, nur für dich zu wissen, genau, Prost, weil wir nämlich den wirklichen Stargast auf der Bühne haben. Wieso, was ist denn das blühen los? Das ist Ann-Sophie, unsere diesjährige ESC-Kandidatin. Deshalb einfach entspannen, hinsetzen, entspannen. ich hab ne Idee, also wenn diese Tante da, die ich gar nicht so gut kannte bislang, die ist ja sehr, sehr nett und reizend, aber ich hätte einen Vorschlag, als Top-ESC-Song, 2015, 16 und 17, pass auf, das geht so, manch einer kennt ihn, singt ruhig mit, ähm, äh, äh, tropika, ole, amore, amore, Fiesta a la playa, ole, Riccardo, das, das sind null Punkte. Spanisch, Mexikanisch, Riccardo, Schluss, Schluss, du kommst jetzt hier in die Ecke zu, in die Ecke zu Harry. Musik. You tell me that you love me, and I know it's just a lie, and I know it's just a lie, I'm not a stupid man, and you just tell me lies. Und wir sind wieder zurück auf der Bühne bei Ann-Sophie und wir gehen direkt nach Wien, wir gehen direkt in die österreichische Hauptstadt, denn da fand im Mai der 60. Eurobische Song Contest statt in der Wiener Stadthalle. Ich durfte selbst auch dabei sein, allerdings nur beim Familienfinale, hab keine Tickets mehr bekommen. Da kannte ich dich ja halt auch noch nicht. So, da waren auch ganz viele in dieser Wiener Stadthalle und vor allen Dingen waren auch ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer all over the world. Das sind ja Millionen Menschen, die da auf den einen Auftritt warten, der nur drei Minuten dauern darf. Du hattest die Startnummer 17, wie ich nochmal rausgefunden habe. Das heißt, 16 Länder starten vor dir. Ist das ungefähr so, als ob Ricardo M singt oder wie muss man sich das vorstellen? Es war sehr, sehr aufregend. Vor allen Dingen, als es dann irgendwie losging und du hast so einen unglaublich langen Weg zur Bühne und das ist irgendwie schon echt, es war schon ein ganz, ganz toller Moment. Hat man Kontakt zu anderen Musikern aus den anderen Nationen oder ist das wirklich so perfekt organisiert, dass man einfach nur immer vorbeigeschleust wird? Nee, also wenn du Kontakt haben möchtest, kannst du zu den anderen Kontakt haben. Es ist auch, also wir haben uns alle irgendwie noch das Interesse, einander kennenzulernen. Unsere Kabinen waren halt alle immer, die Länder waren sich so gegenüber, also in drei Blöcken sozusagen. Und bei mir gegenüber war Italien. Die drei Töne. Ja, die waren super. Ah, Bellissima, haben sie dann die ganze Zeit irgendwie gesagt. Ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz nett. Und wo war denn der alte Schwede, der amongst Selma Löw, der am Ende gewonnen hat, das soll ja auch so ein Halodri sein, ne? Ja, ist auch einer. Jetzt rück raus, was heißt das? Also der macht, der war flirty. Ja. Also das hat Astrid hier immer versucht. Ja. Und dann? Ja, ich nicht, nee. Ich hab gesagt, nee, so nicht. Ist nicht dein Typ? Doch. Aber war dir zu much? Ja, ich, nee, so nur Player ist irgendwie auch ein bisschen doof. Ich will dann ja die Leute richtig kennenlernen. Das ist ja auch schon fatal in dem Business. Aber, äh, ja, aber schon heiß. Ja. Schade. Die Zeit in Wien war, ähm, cool. Alle waren irgendwie auf deiner Seite. Alle haben gesagt, du machst das an, Sophie, wir rocken die Bude. Wie war die Stimmung bis zum Auftritt? Doch, die war gut. Ja, die war gut. Ich war ja leider die Woche krank in Wien. Das war ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich dadurch alles nicht so intensiv erleben konnte. Ähm, bis auf den letzten Auftritt dann. Ähm, doch, aber die Stimmung war gut. Alle waren aufgeregt bis dann zum Schluss. Da ging die Stimmung runter. Naja, gut, jetzt kommt Black Smoke. Ach so, okay. Endlich du wieder super, ne, hast dich ja bewegt wieder wie eine Eins. Du kannst dir vorstellen, dass da ist wieder einiges abgegangen. Ähm, hast einen super Auftritt hingelegt. Hast dich nicht versungen, hast dich nicht vertanzt. Die Show war für deutsche Verhältnisse sogar auch einigermaßen gut. Also hinten die Vidi-Wall und so. Das sah eigentlich ganz toll aus mit diesen James-Bond-Verschnitt-Sachen. Und der lag dir doch auch zu Füßen danach. Oder ist das, weil das Publikum sowieso alles beklatscht? Hattest du... Ja, also das Publikum war zum einen mega gut drauf. Also die haben sich über jeden gefreut, der da auf der Bühne stand. Es sind dann einfach alles ESC-Fans. Die feiern jedes Land, würde ich sagen. Ähm, es war ganz toll. Man hat ja leider nur drei Minuten Zeit auf dieser riesigen Bühne und 30 Sekunden nur Zeit, um auf die Bühne draufzukommen. Und ich habe wirklich nochmal versucht, so einen Moment, diese ganzen Leute, die da alle stehen und die ganzen Flaggen, das ist total schön. Und den Moment habe ich mir dann nochmal genommen und dann habe ich gesagt, so gut, das ist jetzt der Auftritt, auf den alle gewartet haben und ich unter anderem halt auch. Und ja, dann geht's los. Das war schon krass. Und der ging super. Und dann kam irgendwann, die Show war zu Ende, beziehungsweise die Lieder waren durch, Schnelldurchlauf und so weiter. Und jetzt durften die Leute abstimmen. Und dann kommt diese wunderbare Punktevergabe, zwölf Punkte, zehn Punkte und so weiter. Ein Wahnsinnssystem. Und die Punktevergabe, irgendein Land fängt ja immer an. 40, glaube ich, waren es. Die abstimmen durften in diesem Jahr. Wann war dir klar, das wird nichts? Nach dem fünften Land. Schon so früh, warum? Ich hatte einfach so ein Gefühl. Ich dachte so, okay, ich glaube, es wird heute nichts mehr. Und es wurde auch nichts mehr. Nee. Muss man einfach gnadenlos so sagen. Ja. Es wurde immer absurder. Man wartete und wartete und wartete und es kam nichts mehr. Aber nicht nur dir ging es so, sondern auch dem Gastgeberland. Österreich, The Make-Makes, hat auch null Punkte. Du bist übrigens, habe ich noch mal festgestellt, in einer Reihe mit Nora Nova und Ulla Wiesner. Also das einfach nur, falls du es noch nicht gehört haben solltest. 1964 und 1965 gab es auch null Punkte für Deutschland. Das heißt, es waren tatsächlich in diesem Jahr 50 Jahre her. Und ich finde, dass es ein mega Applaus wird, dass du endlich mal null Punkte für uns geholt hast. Das sind nämlich keine null Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, aber, was jetzt der Knalle ist, hast du mir auch noch mal erzählt. Man könnte ja trotzdem feiern danach, dieses Ereignis. Okay, du bist letzter geworden, auch mit den Österreichern. Man könnte doch jetzt einfach geile Aftershows machen. Aber so richtig in Feierlaune waren dann die Leute, die mit dir drumherum waren vom Sender und so weiter, nicht, ne? Nee, die sind alle abgedampft. Obwohl wir vorher gesagt haben, wir gehen alle feiern, egal was passiert. Aber ich war dann letzten Endes nur mit meinen Background-Sängerin feiern und dann sind noch zwei, drei andere mitgekommen, die dann aber auch relativ früh gegangen sind. Vielleicht ist es auch gut so, dass die nicht dabei waren. Aber hast du die dann wenigstens danach noch mal gesehen? Also man muss doch danach irgendwie so ein Feedback-Gespräch haben oder so. Jetzt nehmen wir uns nochmal alle in den Arm und ist ja doof gelaufen, aber okay, macht nichts oder so. Was ist denn danach passiert? Es war tatsächlich sehr kühl alles auf einmal. Und also Herr Schreiber ist auch einfach gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Das ist der vom NDR, der dafür sorgt, dass es den ESC praktisch im Fernsehen gibt. Genau, der ist einfach, den habe ich nie wieder seitdem gesehen. Hat nicht Tschüss gesagt. Nee, hat nicht Tschüss gesagt. Der hat dann irgendwie so eine Rundmail geschrieben. Ach schön. Arschloch, genau. Wunderbar. There you go. Mega, mega Arschloch. Wunderbar. Okay, du hattest ja auch noch die Platte Silver into Gold, die es ja immer noch zu kaufen gibt. Genau. Die wurde ja auch noch rausgehauen vom ESC, relativ zügig. In fünf Tagen habe ich das Album gesungen. Jeden Tag zwölf Stunden. Und danach war das Marketing aber auch irgendwie... Ja, scheiße. Das heißt? Ja, die haben nichts gemacht damit. Also wie, aber es war doch ein Konzertturnier angesagt und so. Ja, alles nichts passiert, auch keine zweite Single, gar nichts. Also zweite Single heißt normaler, wäre nach Black Smoke ein Nachfolgesingle gewesen und aber kam nichts mehr, hat man gesagt, nee, mach mal keine Werbung, setzen wir nicht mehr auf ein totes Pferd oder so. No. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Das finde ich nicht gut. Ja, aber... Das muss man einfach so sagen. Nein, ehrlich gesagt, du hast dir deinen Arsch aufgerissen, hast irgendeinem ziegenbärtigen Sänger auch letztendlich den Arsch gerettet und Deutschland und dann wird irgendwie einfach gesagt, nö, jetzt gibt es keine Single mehr und so weiter. Entschuldigung, die sehen doch, dass du Talent hast, dass du Stimme hast, die können dich doch weiter featuren, verstehe ich nicht. Ach, das ist Brain Pool. Ja, die müssen wir auch unbedingt erwähnen, damit wir uns auf jeden Fall bei denen nicht bewerben können. Wunderbar. Ist mir auch egal. Ja. Ist es halt so, wie es ist, so und daraus kann man lernen und ich mache trotzdem weiter Musik und... Das ist sehr gut. Sehr gut. Und wir hören auch gleich was von dir. Und darauf freuen wir uns sehr, dass wir gleich einen Song von Ann-Sophie haben. Aber, liebe Ann-Sophie, du hast so viel mitgemacht und ich finde, unsere Nullpunkte-Queen aus Wien sollte jetzt etwas Nettes, Alkoholreiches bekommen von unserem Cocktailkönig vom Kiez. Genau, Uwe Christiansen, einmal hier, hallo, Uwe, nicht nur in Hamburg und St. Pauli weltbekannt. Uwe, erst mal vorab, was mich interessiert, was sind die neuesten Getränketrends? Alles mit Gin. Und weißt du, meine zweite Frage wäre gewesen, und was ist mit Gin? Ja, das ist jetzt zwei Fragen, ein Wort als Antwort, spitzenmäßig. Was mixt du uns denn für Ann-Sophie? Naja, da habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, was wir für Ann-Sophie machen und das ist immer das Schwierigste, ich muss mir immer irgendwas ausdenken, was damit zu tun hat. Und während wir den mixen, werde ich dir das erklären, warum ich einzelne Zutaten jetzt mit Ann-Sophie und mit dem ESC verbinde, zumal ich ja sowieso die Verbindung ESC hatte. Ich saß auf dem Spielbudenplatz, ich bin ja der Geschäftsführer von dem Plätzchen da und sitze dann immer hinten in der Regie mit und gucke mir das alles mit an, falls irgendwas passiert, weil ich das Hausrecht dann ausübe dort. Und hab das alles miterlebt mit Lena Meyer-Landru und wer da alles so rumsaß und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das war doch alles gut. Also so hatte man, oder so habe ich das jetzt alles, die ganze Wut in diesen Becher jetzt mit reingehauen. Sehr gut, und nochmal, das war echt ein super Auftritt, Ann-Sophie, von mir auch und von allen hier auch. Alrighty. Dann sind wir sehr gespannt, was du extra für Ann-Sophie kreierst. Genau, also wir fangen an, indem wir erstmal ein paar Eiswürfel in den Becher reinhauen hier. Das muss Lärm machen. So, als erstes habe ich gedacht, ist ein englisches Lied gewesen, England, Popkultur, also hauen wir was Englisches da rein. Ein Gin. Und dann nehmen wir mal ordentliche 4-Cent-Lied davon, weil Ann-Sophie soll ja auch ein bisschen was davon haben. Sie hat auch vor der Show gesagt, sie trinkt auch einen mit uns. Ja, ich habe sie ja schon vorgewarnt. Ich muss meinen Kollegen nochmal bitten, kann ich nochmal den St. Pauli-Killer haben? So, und dann habe ich für die ganzen Mekka-Heinis, die hinterher dann alle so schlau waren, dafür ist der Zitronensaft drin, damit die alle eine ordentliche Fresse ziehen. 3 Zentiliter. Und weil ich Ann-Sophie eigentlich ziemlich süß finde, habe ich gedacht, gut, Ann-Sophie ist der Vanillezucker. Süß, geschmackvoll, lecker. Ja, und davon kommen zwei gehäufte Teelöffel rein. So, jetzt haben wir den Cocktail soweit fertig. Jetzt wird er mal ordentlich geschüttelt. Ungefähr 3 Minuten. Können wir das wenigstens abkürzen. Und nicht, dass du jetzt sagst, fünf Minuten drei. So, das reicht. Dann habe ich ein kleines Gläschen mitgebracht. Da kommt jetzt ein bisschen Krasch-Eis rein. So, das dürfte reichen. Und, ups, dann seien wir die ganze Sache so ein bisschen ab, dass das da alles reinkommt. Wunderbar, passt sogar. So, und da wir hier auf St. Pauli sind und das Ganze auf St. Pauli auch anfing, habe ich gedacht, dann kommt der St. Pauli-Killer da rein. Das ist jetzt Ann-Sophie, wie sie jetzt ist. Sie kann über die Sache lachen und sie greift wieder an. Also kriegt sie ordentlich einen Killer rein. Da ist ein bisschen Chili mit drin. Das brennt. So, ne? Ann-Sophie ist hübsch, also muss der Cocktail auch hübsch werden. Also habe ich mir extra gestern per Hand geschnitzt aus Papier. Wunderbare kleine Trinkhäme dazu gebastelt. Guck mal, so rum gehört er. Und das ist jetzt der Zero-Point-Cocktail. Ein Applaus. Den liefern wir gleich ab. Der sieht traumhaft aus. Ich muss mich zurückhalten, aber nein, ich werde ihn nicht probieren. Ich werde ihn hier einfach wunderschön stehen lassen. Das hat auch einiges mit Multitasking zu tun, ne? So eben mischen, talken, Stimmung von Menschen einschätzen. Naja, wenn man 35 Jahre hinter der Bar steht, dann hat man das irgendwann drauf. Die Leute fragen, hast du alle Rezepte im Kopf? Wenn ich das nach 35 Jahren noch nicht im Kopf habe, wann dann? Was war denn so der verrückteste Ort, an dem du überhaupt mal Getränke mischen durftest oder gemischt hast? Ja, ich glaube somit das Wahnsinnigste waren Elf Tage Cannes, Film festspielen in Cannes 2006 auf der Privatjacht von Beilingen. In Deutschland besser bekannt als die Berlin-Akte, eine Hollywood-Schauspielerin chinesischen Ursprungs. Und die hat einen Film dort vorgestellt, der dort verkauft werden sollte. Und ich habe versucht, die Käufer gefügig zu machen, nämlich den Cocktails gemacht, aber natürlich den Shanghai Baby, so hieß der Film. Der Cocktail ist erfolgreicher geworden, der Film ist bis heute im keinen einzigen Kino gelaufen. Okay, du warst auch auf Kreuzfahrtschiffen, das stelle ich mir schwierig vor. Ist das Publikum nicht wahnsinnig alt? Halten die deine Drinks überhaupt durch? Ja, das ist so ein bisschen, das stimmt gar nicht so, dass die alle so alt sind. Natürlich ist der Altersdurchschnitt wesentlich höher, als wenn du auf einer AIDA fährst. Ich fahre ja meistens Queen Mary oder diese etwas, sagen wir mal, größeren Schiffe. Aber der Mix ist schon anders. Und das ist aber auch die Herausforderung eines Barkeepers. Du hast auf der Queen Mary 60 verschiedene Nationen von Menschen und die wollen alle ihre Drinks haben. Und wenn du das erstmal drauf hast, Amerikaner zu bedienen, die mit ständig irgendwelchen neuen Dingern kommen und ganz genau wissen, wie ein Cocktail aussieht und es schmeckt, dann bist du richtig gut. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Deshalb kann ich da heute richtig draus schöpfen. Und du hast aber auch mal ein paar unter den Tisch verarztet. Ja, natürlich, das gibt es auch. Aber da ist auch dann so ein bisschen die Pflege des Barkeepers aufzupassen, dass es nicht zu stark unter den Tisch wird. Da muss man auch irgendwann mal sagen, so jetzt reicht es, weißt du, jetzt ist mal Feierabend hier. Für dich gibt es keinen mehr, du gehst jetzt nach Hause. Du sitzt auch in Juries für Spiritosen. Was mich ja interessiert, spuckt ihr aus oder schluckt ihr? Das kommt ein bisschen auf die Spiritose drauf an. Ich bin in verschiedenen Ländern in der Welt dafür eingeplant oder bin da immer tätig, wenn ich Liköre verkoste, wie zum Beispiel Eierlikör. Ich bin komischerweise mal für Eierlikör zuständig, wahrscheinlich, weil ich selber einen auf dem Markt habe. Die spuckt man nicht mehr aus. Das ist ein bisschen eklig. Die trinkt man, die haben ja auch nicht so viele Prozente. Aber wenn wir Wodkas oder Gin verkosten mit bis zu 60 Prozent, dann spucken wir das wieder aus. Okay, alles klar. Jetzt ist es so, dass du auch, du hast es eben schon erwähnt, selbst Schnaps herstellst, produzierst. Stehst du da selbst in der Fabrik oder wie läuft sowas von morgens bis abends? Ich lasse produzieren. Ich habe mal vor ein paar Jahren damit angefangen. Einer meiner größten Kumpels ist Udo Lindenberg. Und Udo und ich trinken ganz gerne mal ein Eierlikör. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die eigentlich gar nicht so gut schmecken. Und darauf habe ich mir dann selber einen Eierlikör machen lassen. Und zwar hier in Hamburg, in Bergedorf, von Havel. Und so wie ich ihn haben wollte. Ich wollte einen Eierlikör haben, der nicht mehr nach Alkohol schmeckt, sondern nach Ei. Und nicht nach irgendeinem billigen Schnaps. Das haben wir geschafft. Udo hat damit seine Bilderchen gemalt und das war der Start. Und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich angefangen, weitere Liköre zu machen. Und den letzten, den ich jetzt rausgebracht habe, ist der St. Pauli Killer. Eigentlich ein großer Cocktail, aber ich hatte seit Jahren ein Rezept im Kopf. Wir haben ein Jahr dafür gebraucht. Und der ist jetzt fertig. Und das ist ein Schokoladenlikör mit dunkler Kirsche und Chili. Das klingt wahnsinnig lecker. Und ich glaube, wir haben den hier auch gleich stehen. Aber weißt du, was mich auch noch interessiert? Was ich auch noch super spannend finde, ist, dass du ja nicht nur in üblichen Spirituosenländern Dinge kostest, sondern auch in Ländern wie zum Beispiel Indien. Ist das durchaus bekömmlich? Kommst du da gesund wieder oder wie läuft sowas? Also das letzte Mal war ich krank, als ich wiederkam. Das Verkosten von Spirituosen in Indien ist eine harte Nummer. Bist du blind geworden? Hast du Streptokokken? Bist du sie wieder los? Wie geht es dir heute? Alles. Also meine Stimme ist immer noch kaputt und ich muss im Januar wieder rüber. Nein, es ist in Indien so, es gibt beides. Es gibt sehr, sehr gute Sachen, exzellente Sachen. Der beste Malt-Whisky der Welt war letztes Jahr ein indischer, Amrut. Es gibt aber auch den schlimmsten Whisky der Welt, der kommt auch aus Indien. Ist aber der meistverkaufte Whisky der Welt mit 288 Millionen Flaschen und der wird nur in Indien verkauft. Der darf außerhalb gar nicht verkauft werden, weil da ist nämlich kein Whisky drin. Das ist einfach nur Schnaps, Farbstoffe und Geschmacksstoffe und die nennen das dann Indian Whisky. Und der schmeckt ungefähr so, wie man sich vorstellt, ein brennender Autoreifen so ungefähr. Okay, das klingt fantastisch. Ich würde sagen, dann erst mal, Christian, dieser Cocktail geht erstmal zu Ann-Sophie. Dieser wunderschöne Cocktail, der Zero Points. Und ich würde sagen, wir verteilen ein paar Schnäpse, oder? Ein paar Liköchen. Genau. Zero Points, ein Cocktail, so zuckersüß, so schön, so sauer wie alles. Du darfst ihn jetzt probieren, er gehört eigentlich dir. Jetzt sind wir aber natürlich auf deinen Votum gespannt. Wie gibst du Zero Points oder gibst du mehr? Naja, 12 Points. 12 Points und zum ersten Mal hört Ann-Sophie 12 Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem wunderbaren Cocktail. Vielen, vielen Dank. Was wir auch auf jeden Fall noch sagen sollten, ist, du hast noch ein Kinderbuch geschrieben. Und zwar über einen Marienkäfer, der auf die Suche nach seinen Punkten geht. Witzigerweise hast du das aber vor dem ESC geschrieben. Genau, also es geht um einen kleinen Marienkäfer, der seine Punkte verloren hat und sich auf die Reise macht, sie wiederzufinden. Und ja, die habe ich 2014 geschrieben, die Geschichte. Wir drücken dir die Daumen, dass die bald veröffentlicht wird. Das klingt so wahnsinnig süß. Und wie viele Punkte sucht er? 22. 22 Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, jetzt suchst du gleich die Töne. Ich gebe mal, gib mal mir lieber hier diesen Cocktail. Hervorragend, wunderbar. Super gemacht. Jetzt singt nämlich Ann-Sophie. Time Extended heißt übrigens das Album, das man gerade noch im Netz kaufen kann. Unter www.artandclory.de unbedingt dieses Album kaufen und runterladen geht sicherlich auch. Ja. Wunderbar. Und ihr hier, liebe Fangemeinde auf dem Kiez, könnt die auch gleich nochmal kaufen. Extra hier. Und euch signieren lassen von Ann-Sophie. Und jetzt hören wir ein ganz brandneues Lied. Und es ist sozusagen eine Premiere, eine Uraufführung am Klavier. Sie begleitet sich selber. Sie singt Ann-Sophie, make a choice now. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Und hier ist Ann-Sophie. Ann-Sophie. I'm lining my bed. And they keep spinning around, they keep spinning around, making sounds, making sounds. And someone's whispering my name, demanding that I should change. Oh, all these voices in my head. And they said, they said, make a choice now, make a choice now, make a choice now. You gotta grow up, you gotta act up, you gotta act up, you gotta be rough. Oh, all these voices in my head. I said, make a choice now. All those voices in my head. Ehhh And They Said They Said Make A Choice Now Make A Choice Now You Gotta Grow Up Be A Grown Up Be A Grown Up You Gotta Make A Choice Now Make A Choice Now Make A Choice Now You Gotta Grow Up You Gotta Act Tough You Gotta Be trap Musik Just make a choice now, make a choice now, make a choice now You gotta grow up, be a grow up, be a grown up You gotta make a choice now, make a choice now, make a choice now You gotta grow up, you gotta act up, you gotta be a grow up Just make a choice now Anne-Sophie, meine sehr verehrten Damen und Herren, make a choice now! Vielen, vielen Dank! Die CDs gibt's zu kaufen heute, sie signiert Horst Wittmann und Heimann auch CDs und Bödel mitgebracht. Horst Wittmann und Heim Orchestra! Uwe Christiansen, der Mann von der Cocktailbar! Harry Schulz! Der Mann, der glaubt, dass seine Show ausverkauft ist! Riccardo M! Ann-Sophie! Mein Name ist Peter Diermeier, das ist die erste Trolle und das war die Premiere von Cocktail auf der Tür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gut durch die Nacht, wir sagen... Dankeschön! Achso, tschüss! Und tschüss! Und danke euch allen! Vielen Dank! Das war nicht geübt! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Tschüss! Gute Nacht! Nee, bleibt hier, bleibt hier! Zum Trinken und rein schnacken! Wir machen eine Atmoshow! Jetzt! Jetzt! Danke!